Ich möchte gerne noch ein paar erklärende Worte zu dem ersten Programmpunkt sagen. Sie hören jetzt das erste Werk des letzten Nachmittags, die Etüde Nummer 82 für Flöte, Karinette und Akkordeon. Und dazu sehen Sie einen Film. Und dieser Film ist entstanden durch Grafiken, durch Bilder, die die 7a, b, c Klasse gelegt hat. Im Unterricht haben Sie zweimal oder eigentlich dreimal das Stück von den drei Musikern live gehört. Und Sie konnten Bilder dazu legen mit grafischen Objekten. Und wir haben nur das Stichwort gehabt, Kaleidoskop. Und Thomas Hötzeneder, ein Filmer, hat dann diese Bilder zu einem Kaleidoskop zusammengefügt. Das ist jetzt eine Überraschung, es ist eine Premiere für uns alle. Es gibt drei Versionen dieses Films. Und die mittlere Version, die werden wir jetzt sehen, mit Live-Musik dazu. Wir haben ein bisschen Anhaltspunkte gegeben. In der Musik gibt es so ein paar Stellen, die man wiedererkennen kann. Es gibt ein Grundmotiv, das immer wieder auftaucht, dieses Das wird man immer wieder erkennen. Man erkennt auch ganz markante rhythmische Stellen, wo wir alle zusammen den gleichen Rhythmus, ich würde fast sagen, hämmern. Und was man auch erkennt, sind so Stellen, wo es ganz ruhig und ganz breit und getragen wird. Vor allem dann auch gegen Schluss. Und das hat natürlich dazu beigetragen, dass die einzelnen bildenden Künstlerinnen und Künstler inspiriert wurden, was sie optisch mit diesen Eindrücken machen wollen. Das werden wir jetzt auch sehen. Musik 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 Fress er in die Schlecken, fängt er in den Tod, macht er weiter Blut. Fress er in die Schlecken, fängt er in den Tod. Fress er in die Schlecken, fängt er in den Tod. Der Bäcker hat gerufen, wer den guten Kuchen backen, der muss allen sieben Sachen. Eier und Schmalz, Butter und Salz, Milch und Milch. Fress er in die Schlecken, fress er in die Schlecken, fress er in den Tod. Applaus 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 Reden ist leicht, aber Wörter kann man nicht messen. Also backe Brot, Brot packen ist schwer, also werde Bäcker. Aber in einem Brot kann man nicht wohnen. Also bau Häuser. Häuser bauen ist schwer, also werde Maurer. Applaus Aber auf einem Berg kann man kein Haus bauen, also versetze den Berg. Berge für Sitzung ist schwer, also werde Prophet. Aber Gedanken kann man nicht hören. Also rede, reden ist schwer, also werde was du bist und murmle weiter vor dich hin. Oder wird es geschöpft. Musik 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 trays Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020